Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Absacken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Sackt ab. Sackte ab. Hat abgesackt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich sackte ab. Du sackst ab. Er sackt ab. Wir sacken ab. Ihr sackt ab. Sie sacken ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sackte ab. Du sacktest ab. Er sackte ab. Wir sackten ab. Ihr sacktet ab. Sie sackten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgesackt. Du hast abgesackt. Er hat abgesackt. Wir haben abgesackt. Ihr habt abgesackt. Sie haben abgesackt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sacke ab. Du sackest ab. Er sacke ab. Wir sacken ab. Ihr sacket ab. Sie sacken ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich sackte ab. Du sacktest ab. Er sackte ab. Wir sackten ab. Ihr sacktet ab. Sie sackten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Sacken ab. Du sacken ab. Wir sacken ab. Ihr sacken ab. Ihr sacken ab. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb absacken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.